Peter! Wissen Sie vielleicht, wo mein Bekannter sich aufhält? Herr Kurz? Ich wusste nicht, dass Sie den Namen kennen. Es tut mir leid. Herrn Peter Kurz gibt es nicht mehr. Sie haben mich nicht verstanden. Ich meine, wo ich Herrn Kurz finden könnte. Es ist mir nicht gelungen, ihn zurückzuhalten. Er ist hinausgegangen, hier durch diese Tür. Fort? Vor wenigen Minuten. Dann hat er mich gesucht. Dann hat er gedacht, ich sei vorausgegangen und jetzt sucht er mich draußen. Das glaube ich kaum. Es muss so sein. Wir hatten fest vereinbart, dass wir zusammen gehen. Mein Gott. Ich könnte ihn im Nebel verfehlen. Peter! Bitte, bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Wenn er aber doch gedacht hat, ich sei vorausgegangen. Peter! Aus. Ich bin Deutsch. Vielen Dank.